So hallo wir sind wieder unterwegs. Diesmal habe ich diesen neuen Dummy noch mal dabei und eine Hand für Futter. Bevor wir anfangen mit diesem Teil, machen wir das in die Tasche. Die Dummy auch in die Tasche und dann gehen wir erst mal spazieren. Nachdem wir den Spaziergang hinter uns haben, hol ich dieses Dummy-Teil raus. Da habe ich mich schon ganz heiß drauf. Das riecht jetzt nach den Leckerchen. Die Leckerchen, Pansen, fürchterlich, aber ist geil zum Dummy-Apportieren. Die Rolle ist jetzt den Berg runter. Ab jetzt wird es für den Hund schwierig. Ich werde jetzt hier oben die Emi positionieren und hier haben wir so eine 90 Grad Kurve. Und ich stelle mich in die Kurve, roll diesen Dummy runter und gehe zu Emi zurück und lasse sie im Prinzip den Weg runter rennen und diesen Dummy holen. So, aber jetzt muss ich ihre Nase einsetzen, sonst findet sie den halt einfach nicht. zum Dummy-Teilchen, dann können wir wieder nach unten ein verdammter Knie rein nennen. So, wie geht es jetzt? So, das ist jetzt noch ein bisschen, wenn ich das jetzt mal ein paar Knie rausgeminke. So, was du das mal ein? So, ich mache ganz gut, ganz gut. Sie muss jetzt anfangen, ihre Nase einzusetzen. Siehst ja, das kann jetzt im Moment dauern. Also es ist vom links vom Weg hin gerollt. Sie sucht im Moment rechts. Sieht man dann auf der Kamera schlecht. Siehst ja, wie sie riecht. Zeit bekommt sie. Kein Problem. Und bringt. Jetzt kriegst du drei, vier Leckerchen. Das hier. Jawoll! Super! Aufbringen! Ganz toll! Super! Also, So, wir haben ihn gefunden. Also, wie gesagt, das ist eine ganz anspruchsvolle Arbeit für so einen Hund. Also, das ist nicht so einfach. Guck mal hier! Und natürlich, hinterher rennt es auch am Ende. Natürlich die Dornreihen war wieder klar. Okay, wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal, unterstütze uns mit einem Abo. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.